Da und hab ich. So, wieder da. Da, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hab ich's. Osten direkt. Osten. Osten? Ich weiß nicht mal, was Osten heißt, Alter. Du sagst ein Ausländer Osten. Wieso? Jo, was geht ab? Ihr Arams neues Gameplay auf Ashika Island, wie immer. Wir haben heute mal mit einem Cheater zusammengespielt, ja. Wir wussten bis ganz Ende nicht, dass er cheatert, aber dann haben wir es eigentlich herausgefunden, weil so offensichtlich, das ist zu extrem. Das ist mein erstes Mal, dass ich einen Cheater erlebe in Warsaw, muss ich sagen. Bestimmt gibt es einige Cheater, ja. Aber man sieht es ja nicht immer. Man sieht es nicht. Vor allem, ich spiele auf Konsole und ja, auf jeden Fall sind ja Cheater unterwegs auf PC. Aber was sollen wir machen? Schaut sich einfach das Gameplay an und schaut mal ab, wann ihr merkt, dass der Typ cheatert. Ja, der Mitspieler von uns. Ja, so ein Random einfach auf jeden Fall. Wir haben zu viert gespielt. War eine coole Runde. Endlich ist ja die... Es ist eine neue Map draußen für Multiplayer. Eine neue Waffe... DMA, der ist Tempos. Ist eigentlich ganz geil. Ich habe sie gelevelt. Ich zeige euch ein Gameplay dann beim nächsten Mal, wie man sie am besten spielt. Welche Aufsätze. Ich glaube, für Warzone wird sie ganz interessant. Ich habe heute einfach mal ein bisschen die Waffe gespielt, gelevelt. Ich will sie auf Poli halt auch hochleveln. Genau. Lasst ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ich streame jeden Tag unter so 20, wenn ihr mitspielen wollt. Wenn ihr Tipps, Tricks oder einfach abhängen wollt. Wenn ihr chillen wollt, wenn ihr lachen wollt, wenn ihr den Rage immer wieder von mir erleben wollt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Schauts gerne vorbei. Viel Spaß beim Gameplay. Heit! Wir haben aber die anderen Shotguns irgendwas verändert, gell? Ja, zwei. Besser gemacht? Ja. Ach du Scheiße. Jeder Räger kriegt Shotgun auf, die machen die anderen Shotguns besser. Okay. Let's go. Wohin? Mir egal. Action oder? Wohin? Der ist gerade, glaube ich, nicht da. Irgendwo ist es auch in der Nähe. Okay, let's go. In der Nähe in den Shop gibt. Oh, da landet schon einer. Nein. Gib mir die Waffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das leckt ja brutal. Einen habe ich down. Der war down. Ich schwör. Wir sind da. Einen wir da. Wir sind da. Genau da. Wir sind da. andere ehrenlose auf der linken seite war noch einer aus dass einer mit granatwerfer wo draußen er ist nicht gestorben wie viel ich auf die schossen hat mit 90 ich hole mich hoch alles gut oder wie er nicht gestorben ist eines hochgeklettert kurz platten eines direkt über uns über uns okay was ich muss nach landen ganz auf dach oben wo hast du mich ja du mag deine marke ist hier aber ich sehe nicht der ist nicht hier wo bist du ehrenloser ich mache unten wieder das tor da landet einer lang links 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 da will mit dem unschrauber auf uns drauf hast der ehrenlose hier oben wir haben das wieder geändert oder was was macht er was haben wir geändert das code ja moin aber eigentlich ganz cool so die idee was nicht immer der gleiche scheiß halt jetzt einmal zweimal den stick weg machen muss das ist dumm jetzt was haben die geändert was ist aufgebracht hast auch gemacht let's go was haben die geändert so ein shop jemand shop und kauf mal was dann muss das zweite muss erst mal die bewegen damit überhaupt auf eine stelle geht auf ausrüstung oder auf links wir haben auch sich gerade sagen die mpx nico die du gespielt hast verbessert oder mx 9 jaja die waffe mpx ja moin so irgendwas kommt wo es mir irgendwas mit auto angekommen gerade hat sie ja das vorbeigefahren ich brauche wenigstens meine frau was ist das nicht ich bin da und ich bin da und ich bin da was ist das ich höre dich nicht gerade was ach so nein jetzt habe ich diesen katzen kaffee kacke kaffee getrunken oder was muss ich kann gerade nicht ich muss mich konzentrieren das ist immer noch gegenüber ja ja kann man sich holt nein ich kann ich nicht holen ja mann ich so kommen zu mir rüber kommt zu mir rüber warte rechts auch noch ein sniper und unten am fenster ist einer kommt hoch die trainer einer warte und stehst du nicht mal tik tok deine mutter tik tok alter ich habe katzen kacke getrunken tik tok spieler dieser gleiche den vorher nicht drücken konnte oder jeden schuss auf ihn ja herrnloser hund alter scheiße der liegt aber dort tik tok spieler ja ich bin tot ich werde angesnipet von rechts und tot und über uns ist jemand andere seite habe ich jemanden gehört zum ersten mal recht schritte rechts bei da wo hinter uns ja da ist noch einer der push zu nicht sterben bruder hey so geil so du bist vor mir ich sterbe hinter dir verschütze sich bis zu rennen der schmutz jeden schutz habe ich sogar noch in den reingedrückt aber die mp sie macht spaß gerade muss ich sagen die ist gut ja die macht spaß macht spaß aber diese komische tik tok spieler regt mich wieder auf hat eine one shot sniper aber ich habe nicht gesehen welche hatte ich auch gewonnen ich wurde auch von da von da angeschossen vorhin ich weiß nicht ob die immer noch da sind wir können aber eine drohne vielleicht kaufen in der drone wenn es geht dies denken du bist bekloppt ja katzen katzen kaffee gerade getrunken was markierter bra wer ist da da rechts die kinder rechts hoch wo wir vorhin waren ja ja die wird von überall angeschaut von da vorne da wir sind oben mit feiten noch bei mir wäre es möglich immer ich hab was gehört auf dem dach sind die jay warte ich smoke der ist tot die waffe macht spaß gerade erstmals erstmal spaß mit der waffe da oben liegt einer da und habe ihn ich werde von aus wo direkt osten osten oder ich weiß nicht mal was aus meister du sagst ein ausländer osten die sohnte uns ne ja da kommt man alles wollte ich nein team 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 ist drin hinter dir ist noch einer also du bist ja mörser da ist noch einer gelandet komm rein komm rein nico sieben alter danke für diese waffe einfach mal eine neue lieblingswaffe ja über uns ich höre zum ersten mal schütte wo ich habe du weißt nicht ob unter uns über uns hörst ich komme zu euch und rechts ist noch einer zwei leute zwei leute wo ist der typ ist geil nico die waffe macht spaß danke da rechts draußen wir mich anspringt bei mir und schaut danke scheiß verschwitzter teils gehen junge ich hatte kein muni in der waffe drin aber du bist trotzdem tot bruder eine sekunde oben ist es um drauf hier ist platten da wo wir vorhin waren wer von oben ist da ist noch eine platte was noch platten kurz ich komme zu dir ich komme ich gebe mir eine sekunde oben und wie kann er nicht sterben wer ist tot rechts 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 der halter der ist dauernd bei mir auf dem dach alter wenn man die waffe wechselt wenn man beim platten abbricht wenn man dann platten geben abbricht wechselt die waffe immer ich weiß nicht warum scheiße sehr schön wir sich da hingelegt hat da wo sollen wir denn landen man nein du kleiner nein ich bin tot schießt mich um die ecke ich war doch schon um diese ecke man mich schon wieder auf wenn du um die ecken stirbst in dem game hast du kein rauch nein gell man kann sich gar nicht mehr drucken und bewegen muss sich hinlegen ich brauche platten gemacht ich brauche platten als hier sind überall gegner hier sind gegner einfach schießen einfach schießen also wird der ist tot dieser liegt da wie seine mutter ist tot ich brauche eine andere waffe noch geben wo ist meine scheiß keine ahnung wo die ist wurscht da ist jemand rechts gelandet perfekte drohne gibt mir den so bei dem j ist noch einer ist er drin oder bei dem j typen matte wo ist der typ heißt er da drin er ist auf der anderen seite warte ich hole ihn jetzt wollen wir wenden er kennt mich ab du scheiß camper löscht dein account hör auf hör auf zu campen wie die campen wie die campen nein bei mir bei mir noch die drei leute es kommt zu euch da oben dach 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 hier da dort noch einer bei euch erst auf der toilette warte ich und toilette oder kleine beach es über mir ist über mir er ist runtergesprungen ins wasser es ist wasser ist ein wasser wo bist du da ist noch einer beim wasser ich kann die nicht holen es sind zwei sind zwei ja komm alter aber ich bin sehr viel drin eigentlich oh mein gott j komm herr man beim wasser sind noch welche schön natürlich habe ich da nicht gehört man hört sie nicht wir haben es noch schlechter gemacht ja ich habe ihn nicht besser aber ich habe ihn nicht gehört und hat nichts mehr ich habe ihn nicht mehr zu tun einfach meine gasmaske ist weg richtung ufer bei der putzhaltsstelle er hat meine waffe der jay ja moin ihr wurscht doch mir wertvoll meine mp7 genommen der waltziger der waltziger der waltziger der waltziger der waltziger wieso was ist das nico da weiß einfach wo gegner sind ich schwör er weiß ja er guckt auch in die richtung an guckt ja ja er weiß ganz genau wo gegner sind einfach mit ihm nochmals spielen gar kein bock er sieht einfach wo gegner sind schau 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 warte das hier oben aber das muss sich leider als youtube hochladen mit mit war so ein cheater gespielt bruder ich denke mir alter er wusste einfach wo die gegner ganz zeit sind ja moin weil wie schnell er den typen da getötet hat iso keiner schaut in die ecke keiner würde in diese ecke schauen wo der eine gegner lag unmöglich nein